Ihr Lieben, ich bin beim Gemüsegarten Dietrich in Westerode bei Duderstadt. Ich hole mir nämlich meine Produkte, die ich haben möchte, vom regionalen Erzeuger. Hier ist kein Gedränge, hier ist niemand, auf den ich großartig mit Abstand achten muss und ich habe auch noch die Regionalität unterstützt. Also, kommt nach Westerode, hier habt ihr eine Riesenauswahl bei der Familie Dietrich in Westerode.